Hallo und herzlich willkommen meine lieben Freunde hier beim Invertmaster. Leute, heute geht es mal darum, wie kannst genau du oder du oder du bei mir und meinem 100% Community Race jeden Sonntag, meistens um 16 Uhr, mitfahren. Also zuerst, ihr braucht natürlich F1.22 auf dem PC bei Steam. Ja, ich weiß, Crossplay auch zu Origin ist momentan noch nicht möglich. Wir warten alle gespannt darauf, aber es ist halt eben so, dass wir auf Steam unterwegs sind. Dementsprechend können aktuell nur Steam Leute mitmachen, aber Sprachfehler ist egal. Wir lassen das mit im Video drin. Wenn irgendwann mal Crossplay kommt und es funktioniert gut, dann werden wir alles aufmachen, sag ich mal. Und dann geht es los. So, jetzt ist aber erstmal die Frage, wie kannst du mitmachen? Und das zeige ich euch hier. Hier, wir sind auf meinem Discord-Server und hier gibt es natürlich auch ein paar private Nachrichten von dem einen oder anderen Kandidaten. Ihr joint also hier auf meinem Discord-Server und landet dann bei den Firmenregeln hier oben. So, und jetzt ist es so, dass ihr als erstes hier auf diesen Geldschein klicken müsst. Ne, einfach die normalen Regeln, wie man es von anderen Discord-Servern halt auch kennt. Super simpel. Klickt ihr auf den Geldschein, alles ist schön, alles ist toll. Dann werdet ihr hier nämlich diesen Infokanal sehen. Zu dem hier brauche ich, glaube ich, nichts sagen, das passt ja auch. Und hier steht jetzt, hallo Rennfahrer, wollt ihr Zugang zur Fahrerlobby haben und immer mit den neuesten Informationen rund um den Gloria Racing, was Formel 1 und ACC angeht, versorgt werden? Dann, was? Dann brauchst du mit dem Roller los und holt sie euch. Der Satzbau ist jetzt irgendwie auch nicht so der geilste, ne? Ne, ist egal. Auf jeden Fall, hier klickt ihr auf die 391. Das heißt, dann habt ihr Zugang halt zu diesen ganzen Channels, Rennleitung natürlich nicht, das bin ich, und halt zu diesem Fahrer-Talk hier. Und ihr klickt dann immer hier auf diesem Infokanal und jetzt seht ihr, das habe ich bewusst gemacht, ich habe einfach mal gesagt, ich warte ab mit dem ersten Rennen. Und dann wisst ihr halt, wie es funktioniert. Hier seht ihr den Rennkalender, ne? Wie gesagt, Bahrain wurde schon gefahren. Und ihr könnt euch jetzt halt, wie gesagt, für Saudi-Arabien zum Beispiel anmelden, ne? 17.07.16 Uhr ist halt eben Rennbeginn. Das heißt, so 10, 15 Minuten vorher versammeln wir uns halt eben im Voice. Das ist hier in der Presse-Lobby. So, dann seht ihr halt, Marcel hat hier so einen kleinen Text geschrieben. Und dann sagt ihr, Mensch, Bahrain, Anmeldeschluss, ist halt, wie gesagt, der 7. Juli gewesen. Und man fährt halt am 10. Juli um 17.30. Wenn ihr sagt, yo, genau damit bin ich einverstanden. Ich habe Bock da drauf. Dann klickt ihr halt eben auf diese Bahrain-Flagge. Wenn ihr sagt, ah, nee, ich weiß doch nicht, ob ich da Zeit habe. Ich entscheide mich noch. Aber wohlgemerkt, bis zu diesem Datum hier, dann klickt ihr darauf. Und wenn ihr sagt, oh, nee, du, Marcel, ganz schlecht. An dem Sonntag kann ich gar nicht. Dann halt eben hier aufs X. Ich poste immer noch ein Screenshot, wie die Reifenstrategie ist, damit ihr auch wisst, wie lange das dauert, wie viele Runden mit allem drum und dran. Und wenn es halt eben Länder sind, in denen es auch gerne mal regnet, dann würde ich auch einen zweiten Screenshot hier runter posten, mit Regensettings dementsprechend. Und dann sieht das halt eben so aus, dass ich, wenn dann halt eben die Deadline vorbei ist, an dem gleichen Tag noch lose. Und da gibt es immer zwei Lostopfe. Einmal Lostopf 1. Das sind alle die, die schon mal mitgefahren sind in dieser Season 5. Dann gibt es Lostopf 2, also du, der halt sagt, Mensch, ich habe mal Bock, endlich mit reinzugehen. Ich bin dabei. Und die Top 10 aus dem Bahrain-Rennen kriegen halt automatisch ein Self-Stort für Saudi-Arabien. Wenn sie halt eben auf diese Flagge geklickt haben. Wenn sie sagen, nee, ich habe keinen Bock oder wie auch immer, ja, dann verwählt ein Self-Stort. Aber so baut sich das auf. Wir haben 20 Leute, die halt fahren können. 10 Leute kriegen Self-Stort aus dem letzten Rennen. Sofern sie halt auf die Flagge geklickt haben. Dann gibt es halt eben einen Pool Lostopf 1 Wiederkehrer und einen Lostopf 2 mit Neuling. Und dann mache ich das immer so ein bisschen abhängig davon, wie ist das Feedback. Wenn zum Beispiel, jetzt ich übertreibe mal, 30 Leute Wiederkehrer sind und nur ein Neuling, dann wird das so sein, dieser Neuling wird auf jeden Fall seinen Snot kriegen und der Rest halt eben Lostopf 1. Wenn das aber so ist, dass 10 Leute aus dem letzten Rennsafe dabei sind, 10 Leute aus dem Lostopf 1 und 10 Leute aus dem Lostopf 2, dann werde ich aus beiden halt eben 5 Stück losen. Jetzt ist natürlich die berechtigte Frage und ihr seht hier, Mensch, Marcel, hier sind ja 35 Leute. Wir haben nur 20 Platz. Ich habe ja, ich habe ja gar keine Möglichkeit mitzufahren. Doch. Punkt 1, es sagen immer mal wieder Leute ab. Das heißt, ich werde auch im Stream immer mal wieder Leute ansprechen und sagen, Mensch, hast du dich beworben? Ich brauche jemanden, relativ spontan zum Einspringen. Oder, wenn ihr halt eben nicht das Glück habt, gezogen worden zu sein und ihr klickt bei Saudi-Arabien wieder die Flagge an, wurdet wieder nicht gezogen und so weiter und so weiter, werdet ihr jedes Mal, wenn ihr nicht gelost worden seid, kriegt ihr ein Los dazu. Das heißt, wenn jemand also in Saudi-Arabien oder auch später sich zum allerersten Mal bewirbt, hat er ein Los. Du wurdest jetzt aber dreimal hintereinander nicht gezogen und bewirbst dich ja quasi beim vierten Mal. Da hast du vier Lose gegenüber dem, der nur ein Los hat. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du mitfährst, ist viel, viel höher. Das heißt, auch wenn diese Anmeldezahl halt wirklich ein Rekord ist, müsst ihr keine Angst haben, ihr werdet safe irgendwann mitfahren. Ihr müsst halt einfach nur geduldig bleiben. Das war es eigentlich schon. Zu den Settings, volles Quali natürlich, selbstverständlich Q1, Q2, Q3. Sprintrennen machen wir nur da, wo auch in der echten Formel 1 halt eben Sprintrennen ist. 100 Prozent. Wir haben den Limiter an. Das heißt, du musst halt selber den Knopf drücken, wenn du reinfährst und selber wieder deaktivieren, wenn du rausfährst. Die Einführungsrunde ist momentan aus, aufgrund von diverser Fehlern. Und ansonsten kann ich eigentlich nur appellieren, wenn ihr überrundet worden seid, lasst Platz. Also lasst die Leute überholen. Fahrt da nicht ineinander rein. Das macht nur dem anderen die Runde kaputt und euch selber eigentlich auch. Im Safety Car versetzt fahren, nicht nebeneinander oder sowas und nehmt aufeinander Rücksicht, weil wir wollen hier Spaß haben. Und ja, genau. Wenn Fragen sind zu diesem Video, zu den Einstellungen, wie bewerbe ich mich? Ich habe das noch nicht ganz genau verstanden. Dann sagt nochmal Bescheid. Dann erkläre ich das nochmal. Aber wichtig ist, im Discord halt eben vorbeischauen. In dem Sinne, euer Invermaster. Ich habe das nochmal verstanden. Untertitelung. BR 2018